Tja, liebe Zuschauer, ich gehe da mal jede Wette jetzt einfach ganz mutig ein, dass auch Sie die Situation kennen, wo bei Ihnen jemand mal vor der Tür stand und Sie haben es einfach nicht gehört. Paketbote ist, glaube ich, so ein Klassiker, wo dann auf einmal so ein gelbes Zettelchen im Briefkasten liegen und sagen, Mensch, ich war da zu Hause, ich habe da auf den gewartet, war doch so ein ganz dringendes Paket. Aber man hört es halt ganz einfach manchmal nicht. Sei es, dass man in der Küche steht und da vielleicht gerade was brutzelt oder die Dunstabzugshaube gerade auf Volltouren läuft oder dass man ganz einfach vielleicht auch im Keller mal ist. Oder möglicherweise haben Sie ja auch ein größeres Haus, wo Sie sagen, ah, in der Tat, da oben im ersten Stock oder gerade vielleicht auch unter dem Dach im zweiten Stock, da hört man die Klingel vielleicht wirklich nicht, gerade wenn die Tür da noch zu ist. Das habe ich eine super Lösung für Sie in unserem Gadget des Tages und das ist einfach eine klasse Lösung. Ich zeige Ihnen das hier mal, habe ich das mal ganz kurz aufgebaut. Das ist dieses Set hier, bestehend aus einem Funktaster und zwei Funkempfängern. Das ist nämlich jetzt Ihre Funkklingel. Also dieses Set bekommen Sie für unseren Superpreis von 25,56 Euro. Das ist ein Kracherangebot, weil, schauen Sie mal hier, das eine packt man einfach nur so in die Steckdose, keinerlei Installation. Und dieser Funktaster hier, da hinten auf der Rückseite, da ist einfach eine selbstklebende Folie. Abziehen, irgendwo dran pappen, wo Sie sagen, da möchte ich meine Klingel hinhaben. Und das hier braucht nicht mal eine Batterie, keine Knopfzelle, keinen Stromanschluss, kein Kabel, kein gar nichts. Weil das funktioniert mit kinetischer Energie. Bedeutet, wenn ich den Taster hier runterdrücke, entsteht genügend Energie, um ein Funksignal zu erzeugen, das hier an unseren Empfänger ausgelöst wird. Und das machen wir jetzt einfach mal. Schwupps. Und Sie sehen, Sie haben jetzt hier Ihren Funkempfänger über die Tastatur aktiviert. Sie bekommen zwei ganz einfach deswegen, weil Sie natürlich oftmals ja sagen werden, naja, einer soll bitte schön im Flur verbleiben oder im Erdgeschoss, irgendwo zentral. Weil da ist halt nun mal die Klingel, da ist man auch meistens, das ist so Pflichtprogramm. Den zweiten, den könnten Sie jetzt zum Beispiel ganz einfach mitnehmen und sagen, jetzt gehe ich mal in den Keller, da höre ich dann trotzdem die Klingel. Sie nehmen Ihre Klingel einfach mit, beziehungsweise den Klingelempfänger oder Dachgeschoss oder Co. Oder wenn Sie sagen, ich hätte gerne auf jeder Etage einen oder in jedem Zimmer einen, auch kein Problem. Man kann dann natürlich auch mehrere Empfänger mit einem Taster koppeln. Jetzt hier bei uns im Set, wie gesagt, das Basispaket mit zwei Empfängern und unserem Taster. Dann noch eine Besonderheit, ich zeige Ihnen das nochmal hier, ich klingel nochmal. Sie haben jetzt ja nicht nur den Klingelton, sondern auch dieses optische Signal. Und da können wir nämlich hier unten auch noch umstellen, ob wir sagen, ich möchte jetzt nur Ton oder vielleicht auch, wenn das Baby schläft oder der Partner schläft oder man irgendwie so ein bisschen Ruhe braucht, nur das optische Signal oder halt beides zusammen. Wahlweise dann noch Festlicht, also festleuchtend, dauerleuchtend oder blinkend. Und dann weiter hier über die mittlere Taste vier Lautstärken, die wir einstellen können. Und das ist natürlich meine Lieblingsfunktion hier oben. Bis zu 58, also nicht bis zu, pardon, 58 verschiedene Töne, die Sie jetzt hier noch auswählen können. Also was Klassisches, was Melodiöses. Also das zum Beispiel finde ich jetzt persönlich, würde ich mir aussuchen. Aber Big Ben und Co. ist noch mit dabei. Also da wird jeder etwas finden für seinen Geschmack. Nochmal das Ganze hier. Funkempfänger, zwei an der Zahl. Taster, einfach draußen festkleben. Braucht kein Kabel, braucht keine Batterie, braucht gar nichts. Dank kinetischer Energie. Und das Ganze jetzt bis zu einer Funkreichweite von bis zu 150 Metern. Das heißt, egal ob Sie sagen, ich bräuchte da hinten am Gartentürchen vielleicht was oder am Schrebergarten hätte ich auch gerne mal eine Klingel oder unsere Hauptklingel ist ausgefallen oder man hört sie einfach nicht. Dann hier bitte einmal die PX3395 und die 569 bestellen. Das ist die Lösung für all diese Problemchen und das jetzt auch noch zu einem Megapreis von 25,56 Euro für dieses komplette Set hier. Installation null, einfach ab in die Steckdose und das war es auch schon. Funkreichweite bis zu 150 Meter. Der Taster, der ist natürlich auch für außen geeignet. IP55 nennt sich das Wetterfest. Also der kann auch den ein oder anderen Regenguss ab, also nicht, dass Sie den jetzt extra ein Vorzelt bauen müssen, nur weil Sie unser Funkklingel-Set draußen jetzt installieren möchten. Also ideale Lösung für alle Fälle. Rufen Sie da jetzt an, bestellen Sie das jetzt 080 51 51 3x2 oder natürlich auch online jederzeit unter www.pearl.tv.